Die Jurybegründung Die Autorship ist klar und die Narrative-Mindset ist stark. Suspense, als ein Stylistik-Device, hat sich durch den Film benutzt, während es momentanisch zeigt, die Pressure und Nervousnessen der Police Offices und Journalisten, die sie selbst die Subjekte der Narrative-Irony sind. Was macht diese piece remarkable ist die Unieke Sound- und Visual-Montage. This is an exemplary documentary, but rigorously and fully exploits the potential of artistic videojournalism. Congratulations. Thanks.